Hallo zusammen, Willkommen zum neuen Projekt und zwar Minecraft Evolve mit meiner Team hier gerade, obwohl Teams haben wir ja nicht, ne? Einmal mit JB, Akamangrohr, der Kaskrafter, dann der Sipst, und der Dadsheep, und die anderen sind da hinten, die machen natürlich auch noch mit, die sind alle in der Videobeschreibung, die haben ja eine große fette Stadt und das ist jetzt quasi so eine Art Tech Town, nur mit einem richtig geilen... Die machen die Pferdescheu, das geht so nicht. Frügelen die sich da? Ich glaube schon, ne? Ach krass, ich war mir ein Schwert und da waren die alle kaputt. Nicht die Pferdescheu machen. Ich glaube, die erste Folge sieht immer so aus hier, oder? Man mahaut sich die ganze Zeit. So, okay, also jetzt, objective ist, eine Fledermaus möglichst schnell finden, ne? Ja genau, hier ist auf jeden Fall ein Morph-Mod drauf, wir spielen Direwolf 20. Oh, okay, what the fuck. 20. 20. 20. 21. 20. 21. 21. 21. 21. 22. 25. 23. 24. 33. 24. 24. 24. 25. 25. 25. Wir haben ein vordefiniertes Portalzentrum deiner Mitte und die Stadt soll sich da drum so ein bisschen entwickeln. Ich glaube ich habe auch schon meinen Bauplatz gefunden. Und wir haben sogar einen Leckbeauftragten. Hallo? Okay, das... Hallo! Hallo! Du Arm aus. Naja, aber er hat sich ja freiwillig angeboten. Er kennt sich wohl ganz gut aus. War relativ gut aus mit dem Mod-Packs. Ich glaube er ist suizidal. Warum hast du ein Holzstück, du Ficker? Ja, hä? Oh nein, 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 nein! Schlag uns nicht kaputt! Schlag uns nicht kaputt! Hilfe! Holy Stone? Okay, den kenne ich auch noch nicht. Der sieht ganz cool aus. Hatte ich einfach mal zum Bauen genommen. So als Spawn fand ich das ganz passend irgendwie. Ja doch. Und jetzt wird das dunkel. Ernsthaft? Soll ich mal hell machen? Nee! Guckt einfach mal in die Beschreibung. Da ist auf jeden Fall Mod-Pack. Alle Mitglieder sind verlinkt. Ja fuck! Hopp! Oh! Ey! Ah gut! Wer hat's bekommen? Du! Sehr gut! Was habt ihr gemacht? Ich hab schon mal meinen Bauplatz gefunden hier. Ich baue hier. Kann ich jetzt ein Huhn werden? Ja! Ist awesome! Ich baue einfach bei einem von euch mit. Ich baue meinen Späte. Auf Apostraf. Willst du hier mit zu mir kommen hier? Ich bin direkt am Anfang. Nein, Huhn ist nicht dabei. Doch, Huhn muss dabei sein. Oh, schade. Hier Sebastian, ich stehe direkt bei dir in der Nähe. Was? Ich werde erstmal hier farmen. Ja. Stehe direkt bei dir in der Nähe sag ich. Ach, da hinten, jo. Ah ja, Farmen wäre nicht schlecht so für den Anfang, ne? Ah, jetzt mit der Huhn. Seid ihr für komische Pflanzen Burst plant? Die wachsen immer wieder nach, wenn man die wegschlägt. Voll oft so. Oh, der Skyrim-Helm. Aber wie ist denn das? Wenn du jetzt ein Schaf tötest, dann kannst du dich in ein Schaf verwandeln. Aber wenn du danach eine Kuh tötest, kannst du dich dann immer noch in ein Schaf verwandeln? Ja klar. Ja klar, in alle. Okay. Das Gute ist aber auch, Attack of the B-Team, da hast du dich mal automatisch in das verwandelt, was du grad totgeschlagen hast. Ja. Seid ich hier auch noch so? Ne, ne, jetzt hast du das einfach im Inventar. Ah. Ja, das ist besser. Scheiße, dass es nicht dunkel ist, Mann. Das ist wunderschön hier. Ich hab auch so ein bisschen Angst. Es ist gleich so ein Creeper kommen und uns tötet. Ja, eben. Ja komm, wir gehen jetzt erstmal ein paar Werkzeuge farben hier irgendwo. Ich hab gedacht, da hinten in den Wald am besten. Jaaa. Bei Nacht. Ja, das ist eine super Idee. Aber den Baum hier würde ich lassen. Der sieht so schön aus. Da in der unten. Alter. Ich kanns auch wegkloppen. Können wir einen Neues setzen. Setz den Säpligen nach. Na, wer ist die Fledermaus? Wir haben jetzt mal kurz gehakelt. Hast du eine Fledermaus? Echt? Ja klar. Nein. Mein Gott, ey. Alter, ist das dunkel, ey. 3 AP hab ich noch. Das ist krass. Hier, warte. Ich hab ne mystique Leimflower. Vielleicht macht die das hell. Nee, scheiße. Jetzt kann man die ärgern, wie geil das ist. Weil es ist noch dunkel. Die erkennen mich gar nicht. Die sehen nur, dass wir einen gehauen kriegen. Ab und zu. Du bist aber auch ein Schwanz, ey. Oh nein. Hä? Wen hat er denn weggehauen? Wither Cat? Bei Wither Cat? Was sind hier denn für Monster oder nix? Sind das so Bosse oder was? Geil. Geil. Boss Raids oder was? Ich will hier raus. Mach ich ja. Ich lauf hier irgendwie rum, ey. Ja lass echt mal zum Wald drüber gehen. Ja. Das ist Skelett da drüben. Sebastian, hast du noch Holz? Wow. Äh, ja. Hab ich. Ich hab schon 20 Sticks gemacht. Kannst du nicht mal ne Werkbank machen und... Ja. Also ihr seht schon, das geht richtig produktiv bei mir. Ja. Wir brauchen zum nächsten Schwert. Zumindest die erste Runde. Ich hab nichts zu essen. Ich hab nichts zu essen. Hä? Sticks hab ich keine. Ich hab aber. Hier liegen jetzt drauf. Ach Mist, man sieht man... Mich sieht man auf der Map, ne? Geht nicht? Ne, ne. Hier warte, hast du mal welche? Jetzt brauch ich Eisner. Was sollen wir uns machen? Ähm. Ja, Schwerter und Echse am besten, ne? Ich hab 10 Holes. Kann ich das haben? Nein. Keins mehr? Keins mehr. Ähm. Ja, Axt auf jeden Fall. Oh, was war das? Oh, was war das? Ein Creeper. Ja. Also, ne Axt willst du? Ich hatte gerade den Mether-Effekt. Den... Ja, wir... Würde ich sagen, oder? Ich hab ne Federmuskel. Oh nein, Walui haut mich. Moment, mach ich fertig. Krass, das ist jetzt schon PvP. Krass. Da, da, Luca. Kämpf dich durch den Wald. Ah, danke. So, jetzt da drüber. Wo ist das Skelett? Da, was ist das hier? Auch ne Kuh? Okay. Oh, die Kuh, die töte ich jetzt. Na, die töte ich jetzt. Kippt ihr dir so ein Wür? Oh, 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 oh. Willst du wieder einen Snuggel haben? Würde ich halt die Kuh hier so jetzt aus. Nochmal zur Erklärung. Ich erkläre natürlich alles nochmal ausführlich in Part 2, wenn wir ein bisschen Ruhe haben. Nein. Hier wird gar nichts erklärt in dem Projekt. Das ist einfach so. Nimm's hin. Der Early Boy. Den ärgere ich jetzt noch. Ach, Rubberwood. Jo, sehr gut. Boah, der ist aber verdammt schnell auf dem Weg. Genau auf dem Weg. Cheatet der? Cheatet der? WTF, ich hab Mobs uns so weit ausgemacht auf dem Minimap. Die werden mir aber trotzdem noch angezeigt. Guck mal, Early Boy kriegt mehr die Höhe. Warte hin, Part Richter. Ja, wir sind gerade verfolgt von so ganz vielen Viechern und Endermänner und jetzt ein Pfeil drin. Den hab ich gleich. Warum ist eigentlich bei solchen Mod Packs nicht Tree Assist drin? Kann mir das mal einer sagen? Ja, frage ich mich auch gerade. Hier ist voll der ekelhafte Baum. Und hier ist einfach mega dunkel hier im scheiß Busch, ey. Guck mal Brightness hochstellen hier. So. Besser. So. Nein. Bin ich Early Boy. Hast du ihn gekillt? Kurz bevor er bei sich ankam oder was? Ja, genau. Das. Ich glaub, das Holz reicht erstmal, ne? Für nächstes Werkzeug. Ja, ich glaub auch. Ich mach eben hier das noch fertig so. Also ich hab 20 Dinger. Ja, reicht. Erstmal Hacken machen und sowas. Ach, schade. Warte, ich kann mich jetzt auch nicht anschleichen, ne? Der sieht ja, dass ich nicht Early Boy bin. Vor allem Abgehen hier draußen. Ey, ich glaub, der Early Boy merkt, dass er nicht der Echte ist? Vielleicht komm ich gar nicht gegen. Meinst du, er merkt das, Peter? Was labersto? Weißt du, was ich gefunden hab? Jetzt mal eine Schaufel. Schaufel? Mach ich mir gleich direkt auf Stein. Ey, was war der denn hier? Nein, nein. Was hast du gefunden? Essence Berry Washes. Aber voll viele. Echt? Oh, scheiße. Ja, cool. Jetzt hat er mich. Ich hätt mich nicht umdrehen sollen. Das war dumm. Haben die schon Steinschwerter? Ich hab schon Eisen. Was ist los? Ich hab fast Full Iron. Ja. Genau. Ja wirklich. Wie er hier schon rumläuft und alle killt. Mann, ich glaub er ist ein bisschen angepisst jetzt, ne? Ist doch ne schöne erste Folge. Passt doch. So. Mr Outback weg. Du tötest einfach alle jetzt, Mann. Ne, ne, der hat mich ja gekillt gerade. Ach so. Hauptsache ich schon mit dem Popschutz in die Fresse läuft. Musste grad Nasen jucken, bin da voll gegen gekommen. Ach so. Oh nein. Was? Keeper. Der kann doch nichts. Der ist schon runter in die Höhle? Nee, nicht hin. Ach. Anna, hast du auch ne Fledermaus? Wo bist du, Ted? Ja, ich hab auch eine. Ach, ich hab auch eine. So, links von dir. Wuh. Aua, was war das denn? Hä? Danke. Hab ich denn jetzt abbekommen? War voll komisch. Ich hab grad auf einmal so ein Wubble in den Effekt im Bild. Ja, das hatte ich gerade auch. Oder war das so ein blauer Creeper, war das? Ein blauer Creeper? Ja, aber jetzt da sind die blauer Creeper und sonst. Ach lol, was hast du denn? Das Ding heißt Facehugger. Ach so. Dach die neue Autos. Du wolltest jetzt, wo ich bauen will, zu dem Bauplatz hin und da mal einfach in den Boden graben. Okay. Ich komm direkt mit. Ich hab ein bisschen Stein für Werkzeug und so. Ja. Ich bin sehr produktiv für die erste Folge, muss ich ja mal sagen. Ja, du haust nur alle kaputt, ne? Ja, ich guck mich hier um halt, erforsche alles. Aber das ist produktiv, weil du verlangsamst ja die. Guck mal, er wurde schon wieder getötet. Haha. Die Wither Cat scheint krass zu sein, ne? Das Modpack ist blöd. Ich bin sehr gespannt, was ihr hier erwartet. Ich hab jetzt nicht so wild reingeguckt. Ich auch nicht. Aber es sind auf jeden Fall alte Mods mit neuen Versionen drin. Alte? Oh. Alte? Oh ne. Ich hab jetzt ein Ei. Oh. Du meinst bekannte Mods in der neuen Version. Oh ja. So. Ey. Aua. Gibt's denn hier raus? Da. Watt, du bist raus? Sieht ihr alle? Sebastian wohnt da hinten im Baum da, oder? Ja, ja. Wir machen nur den Startup zusammen. Alter, was ist das denn? Hier ist ein Mega-Zombie mit 60 AP. Der ist dreimal so groß wie ich. Ich schlag ihn kaputt. Was bin ich? So komm ich jetzt zu euch und taue ich. Loil, du hast nicht Lava drunter, loil. Loil. Hab ich den jetzt da reingeworfen? Nee, hab ich fast achtmal. Hier. Guck dir das mal an, der wird immer größer, umso öfter ich den hau. Wo bist du? Dann hör auf ihn zu hauen, Mann. Wie so ne Höhle. Hör auf ihn zu hauen. Oh, ich hab zwischendurch mal ein Standbild. Ja, ich auch. Gerade auch. Ich glaub ich bestell dir mal mehr Arbeitsspeicher. Ich glaub das liegt einfach gerade daran, dass alle rumlaufen und gleichzeitig was machen. Das wird sich mit der Zeit legen. Was seid ihr denn da hinten? Hallo Sebs! Wir brauchen zwei Terabyte RAM, Peter. Mindestens. Oh, scheiße. Na, was macht der da? Die Fledermaus war noch nicht aktiv. Würde mir erstiegen, Peter. Wir wollen unten in die Höhle fliegen. Gucken, was da gibt's. Peter will einfach nur Kisten abluten, ne? Kisten? Boah, jetzt hast du was gesagt. Ich hab ein Magneto oder sowas an. Da hab ich mal nix gesagt. Jetzt hab ich dir den Master Griefer gestadelt, ey. Ab geht's. Ach, da war er doch, der Peter. Hat ihn direkt da unten geschlagen und er fällt in die Lava, so. Guck mal, da siehst du, full Iron is er. Ja. EGF. Ernsthaft, ja okay, der Helm noch nicht, ne? Guck mal, Early Boy ist wieder tot. Der Grabstein ist sogar in der Lava dann drin. Ist das groß da unten, Peter? Nee, hat sich nicht gelohnt. Darf ich dich kaputt hauen, Peter? Nee, auch nicht. Bitte? Darf ich die kaputt hauen? Nein. Warum nicht? Ja, nicht dich, die. Warte hin. Ah, hau ab! Hab ich das jetzt wieder genommen? Lol! Nee, nee, ich hab's. Du brauchst nur einen Schlag, oder was? Ja, aber Eisenschwert, ist los. Er hat schon voll das Grasse Imba-Schwert, Gras! Ey, jo, der wird echt immer größer. Guck dir das an! Ja, meint ich, ja. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Da ist schon wieder so ein Standbild. Oh, ich bin fast tot. Oh, sagst du fretten? Ich will essen. Ich will essen. Was ist der wohl? Allein! Aber so für die Hunter der Leute läuft das eigentlich ganz gut. Und was machen wir jetzt mit dem? Töten! Hast du ja nicht nur so Apfelbäume? Ah, du hast ihn gekillt. Monster Hunter. Kannst du sich jetzt auch in so einen großen verwandeln? Mein nächstes Mal. Äh, Apostroph. Apostroph. Das ist neben dem scharfen S. Ich hab so viel Kacke schon, ne? Äh, wo ist denn der Apfel, Sebastian? Okay, wie mach ich das denn jetzt? Hast du den Ofen weggemacht? Nein, glaub nicht. Hat der den kaputt gemacht oder was? Das war meine. Wie kann ich denn das jetzt auswählen? Wir einfach draufgehen mit dem Apostroph und dann Enter drücken. Boah, schon wieder so ein Deck. Ja, hab ich auch. Schnellstampel. Das ist ja beliebt. Ah, nein! Nein! Weil ich ein Zombie bin. Ja, verpfandel dich. Verpfandel dich. Verpfandel dich. Kühe sind Vampire. Du brennst weiter. Mach! Total blöd. Wasser! Wasser! Ich könnte versuchen, dich auch. Okay, okay. Hey, brennst du als Zombie dann auch im Tank? Ja. Lol. Musst du ganz vorsichtig sein. Ja. Ja. Oh, scheiße. Der Ozen ist weg. Du bist aber richtig gut. Ich loot gerade einen Apfelbaum. Hat einer Werkzeug für mich? Nein. Ich? Nö. Hat einer Holz? Nö. Ja. Hat einer Eisen? Ich kann dir meinen Ranz equipt geben, wenn du willst. Ja, bitte. Oh, scharf. Du kannst mal eine Fledermaus hier ran locken. Hab ich schon. Wo bist du, Heiko? Ich komm gerade in die Mitte. Also Dimensionszentrum. Erstmal einfach hier. Ich muss erstmal runter hier. Ich bin in den dunklen Wald, gehe ich gleich und wohne. Mario, die ist ja überall Lava drunter. Unter meinem Haus. Was ist das denn für ein Scheiß, ey? War Absicht. Ja, hab ich, als du gesagt hast, du willst da hin, hab ich erstmal überall Lava gespawnt. Ah, okay. Alles klar. Hauptsache mein Map ist jetzt dunkel. Ja, das meine ich. Ja, mein auch. Mein ist hell. Aber warum? Mein ist hell. Schreibt in die Kommentare. Ne, 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 ne. Mango hört man gar nicht, ne? Den JB? Ich bin still und leise und crafte gerade meine Eisenkostung. Ja, und gleich komm da raus und es war der Babbo. Hauptsache, weißt du, wir farmen hier alles, aber wir haben gar nichts zu essen. Wisst du was zu essen? Ja, bitte. Ja. Ich auch. Gib mal was. Guck mal, ich hab nichts gemacht, aber ich hab direkt Essen und Equip. Voll gut. So ist das schön. Ne, die Brücke haben wir vorab gebaut, also bevor wir das Projekt gestartet haben. Ja. Aber nochmal so. Was hat denn? Orberry Bush. Okay. Das wäre jetzt im Video ruhig auch laufen können, ne? Ja, genau. Läufst da rum, trollst alle und dann hast du deine Ausrüstung. Ne, sowohl. Erste Folge von Iron Man. Du warst ja ein Haum. Ich bin ja ein Insta-Tot. Okay, ich hab grad einen Dropper gefunden. Da war ein Buch drin. The Factorization Manual. Oh. Kann ich das haben? Nein. Ach, Mann. Guck mal, jetzt ist ein Solar-Penny. Kann ich vertrauen. Ne. Ich will weh. Jetzt hast du Kohle gefunden? Ne. Ich wollte grad mal... Das fehlt dir noch, ne? Wenn eine Truhe gefunden wird, so einen Bedarfwürfler. Ja. Die Truhe möchte ich, da hab ich Bedarf drauf. Ja. Ich hab nicht. Gibt sich so einen Mod, das wäre geil. Boah, Alter ist das dunkel hier drin. Kann ich hier nicht ne Blume pflanzen? Ich weiß aber nicht, wo ich hingehe. Nein? Ne. Warum nicht? Dann guck ich nachher nochmal auf dem Map, so drei Stunden. Du hast auch noch keine Kohle gefunden, Sebastian, ne? Ne. Ich besorge auf jeden Fall schon mal, schon mal ein bisschen mehr zu fressen. Aua. Wenn ihr Kohle habt... Ja. Nicht zu dir. Ah, schade. Kann ich? Könntest du mir dann vielleicht... So ein bisschen... Nein. Geh mal einen Fledermaus. Aber wer war denn gerade hier? Okay, war wahrscheinlich der Heiko. Ja. Müsst aber die ganze Kohle liegen, weißt du? Fledermaus ist cool, aber ist auch gefährlich, Leute. Weil ich hab nur noch drei Herzen. Kann ich auch als Kuh irgendwas abbauen? Ja. Ja, dauert super lange nur, ne? Ne. Ne? Als Ledermaus, wenn du fliegst. Was hast du denn für ne Kuh? Stimmt. Ne Ledermaus. Domina. Wie hieß das nochmal in Bayern? Total blöd. Hieß das nicht Lederlappen? Ja, stimmt. Lederlappen. Der war nur als Spitzname, oder? Ihr seid auch so Lederlappen, ey. Es wird regnen. Es stand da sogar auf dem Comic drauf. Lederlappen. So, krass. Hä? Geil. Oh nein, es regnet. Super Lederlappen. Super toll. Oh, was ist das denn für ein Ding? Ich hab gleich ne Hexe gefunden. Ah nein, fährt mit nem Link aufm Arsch. Das ist geil. Was steht denn auf dem Link? Wo führt ihr den hin? The Matter Bay. Ach, hier ist dein Grave hier unten. Alles klar. Aber gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt zu lang werden für die erste Folge. Ja. Guckt auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Ja, schreibt in die Kommentare, was wir hier uns vornehmen sollen. Und ansonsten bis zum nächsten Part. Haut rein. Okay. Tschüss. Tschüss. Und das ist derагäre 속 Face灼になりますか? Musik. Musik. Vielen Dank.